Hallo zusammen, begrüßt euch zum nächsten Trailer. Ihr seht es ja hier, ich war noch bei der Corona-Teststation gestern, heute haben wir den 10.11.2020, wo ich den Trailer jetzt hier einspiele. Ja, bald ist der neue Impfstoff da und noch einiges mehr. Wer schauen möchte, gerne bei VKBitShoot, die SISPA-Wednews.tv anschauen, entsprechende Link kopieren in die Browserzeile. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss!